Dieser Ford Ranger steht hier zum Verkauf. 5 Personen haben in diesem großen weißen, 5 Thüringen, SUV Platz. Der SUV besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Einparkhilfe, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung, Tempomat, und vieles mehr. Der Allraddiesel überträgt eine satte Leistung von 200 PS auf ein Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 30.440 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Untertitelung. BR 2018 Bis zum nächsten Mal.